Hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, wie du am besten vorankommst, wie du das meiste aus deinem Tag und aus dem Inhalt herausholst, wo du ganz genau weißt, das ist genau das, was du beabsichtigst? Das Schöne ist nämlich, wenn du zu Tagesbeginn und jetzt in den Tag startest oder morgen oder wann auch immer du jetzt mit einer grundlegenden Veränderung beginnen möchtest, dann ist es richtig schön, wenn du dir vor Augen führst, was ist in Erfüllung für dich, wenn das und das und das an diesem heutigen Tage in Kraft tritt. Und du sagst dir das nicht nur, du schreibst das auf, definierst das für dich und machst alles dafür möglich, damit das möglich wird. Und das Schöne ist einfach, wenn du so da herangehst, dann wirst du irgendwann mal merken für dich auch, dass das der richtige Plan ist, um auch diese Strukturiertheit für sich und für dich zu finden. Denn mit dieser wird alles für dich ein ganz anderes Bild ergeben, was du so auch noch gar nicht kennengelernt hast, weil du für dich gesagt hast, ich kann ja irgendwie etwas machen, aber dir kommt das nicht darauf an, wann etwas passiert. Und wenn du dir jetzt aber sagst, das soll heute passieren, spätestens um dann und dann und dann, dann hast du auch wesentlich eher und mehr die Wahrscheinlichkeit, dass das für dich realisierbar wird und auch auf den Punkt genau in Kraft tritt. Und das Schöne ist, wenn du das alles genauso in deinem Leben mit integrierst, um dir zu sagen, ich möchte genau dieses Bild, diesen Prozess verstehen, dann probiere das und du wirst spüren und merken, dass das der Schlüssel dazu ist, um da auch diesen entscheidenden Unterschied zu bewirken. Teil das mit anderen und denk daran. Bis dann.